Hallihallo! Hier mal eine kleine Information für euch und zwar geht es um die Minecraft Adventure Maps. Ja, ich habe nie aufgerufen dazu, aber trotzdem wurden mir über 40 Maps geschickt. Warum das so passiert ist, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls möchte ich euch hier mit diesem Video jetzt sagen, dass ich keine weiteren Adventure Maps mehr annehme. Zumindest in nächster Zeit nicht. Weil ich habe noch so viel auf der Platte und die Adventure Maps waren eh nur ein Nebenbei-Projekt, was ich mal ab und zu mache. Und da wollte ich auch langsam mal zum Ende kommen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, ich habe aber noch genug Maps, dass das noch für die nächsten Monate reicht. Und falls ich mal dann irgendwann wieder Lust habe, Adventure Maps anzunehmen, werde ich euch das ankündigen. Aber jetzt hier, HALT! STOPP! Keine Maps mehr einsenden! Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit! Tschüüü! Vielen Dank.